Truppen vernichtet Aha Scheiße Da ist nämlich der Bombardier So So Die bauen eh gleich wieder Kriegsschiffe da auch Weiß ich davon mal abgesehen Hab ja schon zwei Truppen die könnten Ich hab ja hier Achtet auf eure Schritte Die Korsaren scheinen aus einer Festung Im Süden zu kommen Findet sie und erobert ihre Werften Da bin ich auch grad dabei Sie greifen an Jungs 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 Da brauchen wir mal einfahren Und die können wir einfach schon mal rein Und die können wir auch einmal reinbringen Und die können wir dann direkt da unten einfach angreifen So die haben wir auch gleich kaputt Hoffe ich zumindest So Ja Perfekt Wir sind die Schwerter Lorien Wir sind die Schwerter Lorien Hoho Zieht eure Waffen Elben So So Das schaffen wir doch kaum Oh nein Weg Weg Verdammt Scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen Aber vielleicht reicht das ja aus Und Es reicht doch locker aus Dass ich welche landen kann Und eben die Einnehmen kann Wir müssen die Wälder schützen Und Sollen sie jetzt erstmal Die kaputt machen Habe ich sie eingenommen Und kann Hier auch ein Kriegsschiff produzieren Hier auch ein Kriegsschiff produzieren Dann haben die alle keine Chance So Wir haben gleich die Schlacht auch rum Gucken Wir müssen unsere Heimat Gucken Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen Findet sie Und erobert ihre Werften Es ist geschafft Wir haben beide Werften genommen So Das letzte Schiff von den versenkten Und dann Arzt mit Glück habe ich oben noch ein paar Truppen Der Wind trägt dunkle Vorzeichen über das Wasser Ach, ne Ach, die bringen jetzt auch noch Truppen hin Und ich konnte nämlich nicht vorbereiten Ach, das ist eine Scheiße Wir müssen Mittelerde beschützen Vorrücken So Nein Da hin Da hin Da hin Komm Ich muss eine Schmiede bauen Schmiede schnell bauen So So Um genug Soldaten aus Willen Kurz geleckt Guck dir das mal an Wir bringen hier ganz viele Orkse Aber ich produc Ich werd hier mal meine Truppen Formiert euch Höter ist bereit Bewacht dieses Gebiet Elven mit Lund Sehen wir bilden Sie greifen wieder an Sie können uns nicht trotzen Von mir aus scheinen sie das Nicht gut Deswegen werd ich da mal hinten dieses Dings einnehmen Weil die da hinten haben sie ein Vor Scheiße Äh Werkzeuge bereit Türme Da Das brauchen wir mal Besten einfach mal Wir müssen unsere Heimat verteidigen Türme bauen Da einen Turm hinsetzen Da Ich hab da keine Truppen mehr Verdammt Und zum Glück übernehmen sie da nix Da hab ich auch noch Schwerter Dass ich auch noch mal Da hinsetzen bringen will Von mir aus Komm Das schaffen wir doch Das schaffen wir doch Zieht eure Waffen Elben Vereilt euch Komm Komm Wir haben das Gebäude fertiggestellt Wir haben das Gebäude fertiggestellt Wir attackieren nach dem Wir sind die Schwerter Lorien Wir sind die Schwerter Lorien Wir müssen unsere Heimat verteidigen Bleibt wachsam Wir müssen vorsichtig sein Noch ein Turm Noch ein Turm So, mach ihn kaputt Der Heimat ist in Gefahr Wir können sie nicht aufrecken Wir können sie nicht aufrecken Beschützt den Baumeister Der Baumeister ist befeind Interessiert mich jetzt nicht Wir haben kaum noch Rohstoffe Verdammt Wir müssen unsere Heimat verteidigen Das ist gut Könnt ihr da hin Wir sollen jetzt erstmal über eine Mauer kommen Und dann können wir weiterreden Mal einen Trupp mal richtig ausbilden Mit Schwertern etc. Wir müssen die Wälder schützen Macht euch bereit Elf Ich werde die hier mit so einem Schiff hier vernichten Die kostet richtig viel Wir können uns nicht rotzen Stick sie mit Pfeil Wo wollte sie denn hinlaufen Ich bin zurückgekehrt um Mittel-Erde zu retten so dahin so vielleicht habe ich ja glück und die werden komplett alle vernichtet die überbauen über ihre hälfte der flotte vernichtet mal eben mal so schon stark die truppen ich wollte bis zur update so glaubt schon das sind auch noch gegner nicht schlimm aber nervig so der soll dieses letzte schiff und dann will ich dies so wir müssen den schatten auf ich werde euch führen waren doch alle auch ganz mehr ziele geschafft was muss ich denn noch machen bestimmt alle kursaren fand ich doch nicht nun die zwerge die zwerge sind gekommen wir konnten unseren freunden ja nicht den ganzen spaß überlassen zwerge sind da cooles ding finde ich toll weiß ich ja was das heißt ne du könntest mal ist mal wieder rohstoffe bauen so nämlich nämlich daran rohstoff bauen wir noch ein baumeister ja noch ein baumeister ihr werdet schon mal hier turm bauen turm bauen es geht ja c nix so 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 ich würde gerne so gute hohstoffe dann bräuchte ich noch eine das rohstoff bauen gibt es irgendwo da 99 ist auch da die auch da mal hin meine elben kommen natürlich auch mit in die schlacht dahin so was haben wir hier bogenschutz ne nehmen wir aber trotzdem mit ich habe noch ein bisschen zeit ziemlich viel rohstoffe was wir brauchen für die schlacht wir müssen den beruf der schlacht folgen schöne mauer könnten wir hier noch errichten ich hoffe dass wir noch zeit dafür haben ja an der arbeit da mal eine mauer hin so ich glaube alle sind an arbeit wie schön auch auch wir können keine truppen mehr führen verdammt so ja ich bin gleich soweit nicht schön ne schaffe ich leider nicht aber auch das ist nicht so schlimm das ist nicht soo schlimm ich hab sie so eigentlich generell verteilt so wie meine truppen stehen sollen es geht zu lange da schon dicht machen mit dahin mit dahin wie geil einer meiner lieblingslevel finde ich so in generell vielleicht schaffen sie ja das bevor der fein die wir müssen uns der neuen bedrohung stellen baut belagerung schiffe um sie zurückzuwerfen von mir aus nö brauche ich jetzt nicht unbedingt Türme brauche ich nämlich hier das ist das was ich brauche und eine Tür btf so und sonst hab ich hier nix kommt da du oh nö ich kann so weit schießen na verdammt rückzug zwerge verloren nicht gut an eure waffen vernichtung verdammt haben wir unseren baumeister erschlagen zurückziehen die haben hier ganzen zwergen aufgerieben rückzug wo willst du denn hin bau lieber noch nen Turm rückg ey wollt ihr mich hier verarschen truppen von dünn die haben wir hier eine scheiße aber auch trolle vernichtet der ist immer noch nicht kaputt manchmal fühle ich mich auf die tiefe ganz ehrlich doch ins werk so die welle gleich mal zurückschlagen ja da für mich kein geld 3000 bis bekloppt bist du er drei verdammte da wohle ich mir lieber so ein ding sind wenn die kompletten schiff hier vernichtet die schmiedete klingen für die ganzen zwerge und ihr da mal dahin nächste angriffswelle kommt ja jetzt geballt und das naja ist doof ne päuschen wird später gemacht jetzt wird erstmal verteidigungslinien gebaut na wird's was nein ach man ich kaufe doch kein schiff für 3000 bist du bekloppt ist ja verrückt wenn ich das tun würde 600 ja so jetzt unterbreche ich mal hier den part für heute und sag tschüss hallo und hallo herzlich willkommen zurück zu schlotte mitte hätte ja eben kurze unterbrechung gehabt mal eben mal das aufbauen um unsere verteidigungsstellung zu festigen selbstverständlich mal da zurück da ist noch ein transporter so da werden wir mal einen turm bauen noch einen turm und ein dings so ach so alles kaputt komplette flotte von denen eben vernichtet ist uhr wach 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 zu billiger alles in griff lustig 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 trommel so das wäre ich auch stark hoffen da auch noch doch ich müsste noch ein paar truppen bauen können was ich auch tun werde jetzt an land unsere reihen sind einfach zu dünn sperr salamaheld verdammt zurückziehen ja dann baut doch auch mal ein turm hier hin kollega so spinnen wieder eine riesige flotte wie ist das möglich unsere stadt geschlichen die sind durchgebrochen oje die haben da ja egal was soll's mal da verbauen auch auch jemand bereich eben gar eben geheilt Dahin Die sind immer besser ausgerüstet, verdammt Bombardier Bombardier zu, komm zu uns, los Kaputt Mal einen Turm bauen Das jetzt müsste die letzte Welle sein Sching, sching, sching Ach, das ist alles schwach Oh, siehste Gut Sehr gut sogar Der Schatten wurde zurückgedrängt Okay, dann haben diese Kursaren jetzt da eben auch verloren, gefangen genommen Hm, viel Spaß Die Zwerge der blauen Berge ziehen Schulter an Schulter mit den freien Völkern Mittelerdes in die Schlacht Während das neue Bündnis noch gefeiert wird, bringt Arvin Abendstern den Helden beunruhigende Kunde aus fernen Ländern Saurons riesige Streitmacht aus Dol Guldur ist nach Norden marschiert und bedroht nun in Düsterwald das Reich des Elbenkönigs Trambul Sofort brechen die Verbündeten nach Osten auf, um ihren Freunden im fernen Düsterwald zur Höfe zu eilen Arvin drängt die Helden indes mit den Adlern direkt zu Trambul zu fliegen, um mit diesem die weiteren Schritte zu besprechen Mhm 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 So Ja, die nächste Mission Speichern wir jetzt natürlich auch mal ab So Und wir sehen uns den nächsten Part wieder, tschüss Tschüss